Hallihallo, jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds und ja, ich will dann unbedingt nochmal von hier oben kurz einen Screenshot machen oder so, das muss ich nochmal machen, aber jetzt geht's erstmal hierher und ja, jetzt sollen wir natürlich hier so umleiten oder ausleiten und ich hab mich entschieden, wir machen 100% Ja, das bedeutet, dass die Leute hier vor Ort sterben, das bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass wir am Ende auf der Hope mehr machen können, also mehr Leute auf der Hope befreien können Und auf der Hope die Leute sind mir irgendwie wichtiger als die Leute hier in Byzantium, die das ganze A nur gemacht haben, ja, um ihren reichen Arsch zu retten, auf Deutsch gesagt Und auf der anderen Seite weiß der Doc, was er tut, er hat uns ja ordentlich ohne Probleme dort rausgeholt und hier experimentieren sie noch, das heißt die meisten davon, die jetzt hier so rumschweben, die werden eh sterben Na, deswegen machen wir mal 100% So, gehen wir nochmal kurz rein Ah, das sieht schon geil aus Ah, guck mal, wie friedlich die hier überall sind Ah, schön Raumhaft So Gut Vielleicht bin ich auch arschig, aber wie gesagt, die Leute irgendwie auf der Hope sind mir wichtiger Als die Leute hier Ich sehe nicht gut aus, wenn ich mich so angucke Wenn ich, wenn du dir dich anguckst, ja So, wir haben jetzt 6% negativen Ruf, ja Ich frage mich, wie wir schlechten Ruf bekommen können Wenn sie uns doch gar nicht erwischt haben Aber okay Muss ich vielleicht auch nicht verstehen Hey Hey Kann man mit der nochmal reden? Okay Ich wollte ja nur nicht, dass du mich für, ne Undankbar hältst oder so Was, wie, wie stehen jetzt eigentlich unsere Quests gerade? Ey, krass Wir haben jetzt wirklich nur die und das Und jetzt müssen wir zu Phineas zurück Okay Das, das ist wirklich krass Das hätte ich jetzt nicht erwartet Oh, ich habe eine kaputte Schneekugel erhalten Wo ist die? Oder liegt die jetzt hier oben bei irgendjemandem drin? So, wir haben uns hier So, wir haben uns hier Ja, gut Wie auch immer So, dann hüpfen wir mal zu Phineas, oder? Überspringen wir das Geschwätz Ich fange gerade erst an Zumindest hat sie deine Aufmerksamkeit direkt Du meinst, wie ich durch die Kolonie gestolpert bin Und so getan habe, als hätte ich Ahnung Ah, ich wollte dich auf die falsche Färte bringen Ach, danke Stell dir das mal vor, ne? Verstehe, du bist ganz toll informiert Können wir das ein bisschen schneller abwickeln Du klingst fast, als würdest du das gut finden Nichts von dem habe ich für dich getan Nein Ich denke, du bist nur versucht, dich zu überleben Es wäre nicht einfach für dich Strandig auf einer ungewöhnlichen Welt Mit all deinen Kollegen zurück auf der Hoffnung Ey, das ist nicht gestohlen Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht Die ist doch voll auf der ganzen Hellsien und Corporate und Vorstandsschiene Ist sie doch drauf Wolltest mit mir reden, wie lautet dein Angebot? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dir vertraue Woher weißt du, dass ich von der Hope stamme? Och Mann, mein Kopf Sicher hast du mich nicht hierher gebracht Hast du mich nicht hierher gebracht? Nur um mir zu schmeicheln Fair enough Das hättest du nicht für schlau, was? Also ich weiß nicht, ob ich dir vertraue Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue Du hast etwas, was ich möchte Ich möchte, was ich nägochieren Ja, Mann, Schöpfe Es ist genau ein Vessel, in all dem Byzantium Das sieht aus wie ein Aether-Wave-Drama Phineas Wells ist geplant Ich möchte dich überlegen, um ihn zu uns Mehr brauchst du gar nicht sagen Ich bin dabei Na, schön, dann überzeugt mich mal Weswegen wird er denn gesucht? Die Antwort lautet Nein, wir sind fertig, Aether Äh, deswegen wird er denn gesucht Ja, dann Wells ist ein gefährliches Madman His plan His plan is going to endanger everyone in Halcyon He's an obsessive Psychopath And he's using you You're in contact with Wells I want you to send us a tracing signal from his communication terminal Du möchtest, dass ich ihn an euch verpfeife Ich habe den Kerl eh nicht gemacht Nicht kostenlos Die Antwort lautet Nein Moment, äh Die Signalqualität ist gerade sehr schlecht Kannst du vielleicht auflegen Dich verpissen Und mich nie wieder belästigen? You're making a serious mistake Ich fand die Option gerade am geilsten Na dann, ab zu Phineas Now arriving at Phineas' top secret orbital lab I've kept myself busy in your absence Optimized my formula I'm now confident I can revive the remaining colonists All I need now is the dimethyl sulfoxide I'll take as much as you can give me Vergiss mal für einen Moment die Chemikalien, ja? Die Kolonie steht vor dem kompletten Zusammenbruch What? Oh, yes, well, that's obvious Anyone with two working labs can see This colony slouching toward oblivion Toll Weiß nicht Aber wie soll das gehen? Also, ja, okay Nobles, nobles Unterfangen Alles gut Aber der, der Vorstand Hat immer noch alles in der Hand Die paar Kolonisten Oder auch paar hundert Kolonisten Oder vielleicht tausend Von der Hope Die machen ja jetzt auch nix Dann Irgendwie müssen die Leute essen Es gibt aber schon kaum genug Essen Für die Leute, die jetzt da sind Ja Ich wusste immer, dass Halcyon sich um ein System zu verlassen ist, aber ich habe nie gedacht, dass wir bereits da waren. Die Bordel haben diese Krise gemacht, und jetzt wollen sie es lösen, indem wir die resten von uns beschädigen? Das ist nicht ein Plan. Das ist eine verdammt Entschuldigung. Das machte zwei Dinge, die wir nicht haben. Zeit und Chemikalien, um die anderen Settler zu retten. Kein davon war es zu passieren. Ich war es zu retten, die Kolonisten zu retten. Wir mussten genug Zeit haben, um das Problem zu lösen, bevor wir alle sterben. Human-Test-Subjekte? Das ist grotesk. Das ist unheimlich. Das ist genau das, was ich aus dem Bordel erwartet hätte. Ich kann da draufgehen, aber ich habe alle Chemikalien mitgebracht, die dort waren. Danke. Du hast mir zumindest genug Chemikalien gebracht, um zu beginnen. Ich bin nur sorry, dass sie auf den Kosten der menschlichen Leben kamen. Es ging wohl darum, Menschen nach langer Krystase immer und immer wieder zu beleben. Der Vorstand möchte den Schaden an menschlichem Gewebe beim Wiederbelebungsvorgang minimieren. Ja. Du sagst, die Bordel versuchen, ihre Subjekte immer und immer wieder zu fressen, ohne permanenten Dämmung zu fressen? Na ja, sie sind da nicht nahe, um dieses Problem zu lösen. Ich erzähle dir das viel. Die Bordel-Scientisten sind hoffentlich verloren. Nach einer fruchtlosen Experimentation haben sie genau keinen Erfolg gemacht. Deswegen habe ich die Leute dort sterben lassen, weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen Wasser drauf hast. Jetzt lass mich nicht wie ein Idiot hier dastehen, ja? Oder eine Idiotin. Ich arbeite für diese Leute. Ich bin intim und familiar mit der totalen Incompetenz der Bordel-Scientisten der Bordel-Scientisten. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Wir sind aus dem Chemikalien. Wir können sehr gut aus dem Optionen sein. Wenn die Bordel-Scientisten haben, werden wir alle die ganze Leben in Stasis spenden. Glaubst du, was das für die Hoffnung bedeutet? Für deine Kolleginnen und Kollegen? Die Bordel-Scientisten werden sie alle töten. Sie werden sie in den Raum gesetzt. Nur um Raum in ihren Hibernation-Chamberen zu machen. Mhm. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Wir müssen uns was einfallen lassen. Es muss da was geben, was wir tun können. Das war's also. Wir gehen einfach auf. Der ganze Ärger, den ich auf mich genommen habe, das alles war umsonst. Die ganze Kolonie ist eine Katastrophe. Ich bin froh, wenn ich hier nicht weg bin. Nee, die eins. Ja. 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 Ich hab noch ein paar Fragen. Ist mit Widerstand zu rechnen. Toll Nur um das klarzustellen Du weißt, dass Sprungantriebe nicht für sowas gebaut wurden? Ja, mostly Aha Und den Leuten wird es nicht auffallen Wenn ein gewaltiges Kolonieschiff in die Ringe von Terra 2 kracht Okay Ja, läuft Ja, dann Ich weiß, dass du wundervollst, warum ich all das mache Warum ich glaube, dass die Leute von der Hope die Antworten sind die Probleme der Kolonieschiff Die Hope is caring some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field Ich wollte mal mit dir über die Hope sprechen Das war's Ja, moin Ich hab ein bisschen Bammel Also nicht jetzt so Bammel, aber Soll das heißen Soll das heißen Wir sind jetzt wirklich In den letzten Zügen Also von der Hauptstory Nicht von den DLCs, aber Von der Hauptstory Und ist es dann vielleicht besser, wir machen erstmal die DLCs weiter Oder Ja, aber keine Ahnung Dann lasst uns mal zur Hauptfliegen, I guess Wie sieht es jetzt mit dem Ruf beim Vorstand aus Ganz furchtbar 10% Das geht eigentlich noch Ich bin positiv überrascht Das kann auch weg Ja, doch Passt das wohl so Dann rüsten wir uns Mal aus Und zwar jetzt wieder richtig So 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 Plum, plum, plum Die Tüftelpreise sind aber auch heftig geworden I got the workbench I used to love watching Alex work Now I like watching you Ada wird komisch Ada wird sehr komisch Captain I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again My diagnosis of his mental stability is not flattering Nett gesagt Ich denke mal, wenn die so mit uns spricht, dass wir dann irgendwas Näheres mit ihr bequatschen können Guck mal, da ist die Hope Dann fliegen wir da mal hin Was passiert wenn ich mit der Hope springe? If your calculations are even slightly off You could crash the entire colony ship into Terra too Was wollte ich gleich nochmal machen? Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator You'll have to connect me to the Hope's com- Okay, okay, okay Erzähl mir mal was von der Hope The Hope is the groundbreakers prettier, sleeker sister She wanted off and got lost for 70 years But just recently was found Also there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold Hunderttausende? What the fuck? There she is There she is Puh, naja Dann Machen wir uns in der nächsten Folge mal auf Und gehen mal auf das Schiff Und Mal sehen, ob wir das irgendwie wegbekommen Ich hoffe ja mal, dass wir noch nicht fertig sind Also ich Kann's mir jetzt nicht ganz vorstellen Dass wir jetzt mit der Hauptquest Vom Hauptspiel jetzt schon langsam durch sind Und dann mal gucken, was hier an Sicherheitsvorkehrungen passiert Und vor allem Wie sehr wir dann beim Vorstand noch sinken Ich wollte ja schon noch ein bisschen Mich mit dem gutstellen, ne? Dass wir vielleicht bei der einen oder anderen Sache Ja, vielleicht Eine Quest bekommen nochmal Vom Vorstand Oder Dass wir sagen so Hey, guck mal Ist ganz okay Wenn wir irgendwo Scheiße bauen Dann nehmen sie es uns jetzt mal noch nicht ganz so übel Als wenn wir jetzt eh schon Übelst bei denen in den roten Zahlen stehen Weiß ich aber nicht Mal gucken Sieht eigentlich noch Ganz gut in Schuss aus, ne? Bisschen Patina Aber ansonsten geht's eigentlich Nun Also dann Bis zur nächsten Folge Macht's gut Tschüss Ciao